Herzlich willkommen zu einem neuen Trainingsvlog von Marius Laktat Intolerant. Und ihr seht es auch in Berlin und um Berlin, wir sind hier am Linewitzsee, ist es schneeweiß seit heute Morgen. Und das wollen wir natürlich mal nutzen, um einen schönen Winterlauf zusammen zu machen. Also kommt mit, es geht los direkt nach dem Intro. Wir warten jetzt noch auf Robert und dann kann es gleich losgehen. Robert Kujas, ich verlinke mal hier unten auch noch seinen YouTube-Kanal. Er macht sehr, sehr viele Sachen, sehr, sehr viele verschiedene Sportarten und Aktionen. Schaut es euch mal an, ein sehr, sehr sympathischer Typ. Und ja, er müsste eigentlich gleich um die Ecke schießen. Das sind traumhafte Verhältnisse, Leute. Sehr, sehr schön. Wir laufen hier am großen Linewitzsee. Einfach toll. Wir laufen hier. Wir laufen hier. Wir laufen hier. Untertitelung. BR 2018 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 10 Kilometer und ich glaube jetzt gibt es noch eine Abfüllung, oder? Ja, keine Abfüllung hinterher. Ja, keine Abfüllung. Ja, keine Abfüllung.